so gucken wo die reisen sind wird hellbauen was muss man machen nicht aufgepasst warte auf andere spiele warum es sich warten keine ahnung also wir haben es wir haben wieder mit meli ohne waffen keine waffen okay da hast du halt hier herrschen im styles ich nehme dirack warte mal kenne ich den scheiß schon also diesen level designs gefallen hier wurde von aber was da oben los ich komme mit gibt es da kommt ihr dabei lassen klassen treffen oder was da oben ist sowas mit klassentreffen da oben ist mediamarkt ich bin doch nicht blöd der geist ist geil rein in die kiste alle ich hatte jetzt schuss die waldfee ja so jetzt wird man direkt geguckt wo sind die fähigkeiten die nüsse vergraben hat so so erster pg feuer frei so ist das gut unentdeckt so dezent ich war mal ein bisschen langsam hier mach mal ein bisschen machen wir ein bisschen krach hier damit die jungs herkommen und scheiße rechts panzer bollala buch boah fuck. bist du tot? ja leider. ist jetzt ein bisschen ungünstig was du da gemacht hast. aber ein bisschen. nichts was nicht aufgeben. nichts was onkel gustav nicht wieder hinkriegt. ja ich ging nicht unterm auto ne. ja hab ich so geplant. was zum? ich wollte dich wieder überleben und nicht die scheiß waffe tauschen. gib mir die waffe wieder. welche? schon gut. ich hab sie wieder. geh mal da weg du wirst gesnipert. das ist ja wie enten schießen alle. so war. och mann. was ist denn? zack. weg. what the fuck? das ist gar nicht mal so geil. meine muni ist gleich alle. ich schleich mich mal dezent von hinten ran. wow. was ist denn das? das ist aber nicht so cool. au. da wollte einer grad hochklettern. hm das kann er vergessen. Sniper tower ist down. weg. ok. was hab ich denn noch so? wui wui wui. fuck. tot. ich komm. wo bist du? oh da. mhm. mhm. in front of the asshole. hilfe. hilfe. so. jetzt. ja 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 ja. ja ich muss erst mal äh die leute drum rum. äh achtung hinter uns da. ein drecksack ein drecksack ich hab nur scheiß waffen auch mal was neues ich gehe mal zum entzieren zum entzieren hello das ist das der alarm an oder moment glaube ich noch nicht wenn man dann das ding kaputt macht ja kaputt machen ist gut oder so nix mehr mit alarm ja aber es gibt mehr als einer damen ja ich habe noch einer noch ich sehe sogar warte ich habe ja ich habe einen schönen mk4 werden bazooka das versteckt sich gerade am haus ich habe gerade noch eine dezenten angranate hinterher geworfen naja bisschen bisschen bombastische explosion muss sein ja der schnelle rodale fahrer wird ja langsam immer dünner im eis hier ist auch lustig ja ich habe nicht ein bisschen gedacht gehabt dass du man höher man im rang steigt desto mehr gegner gibt es ich habe immer gerechnet jetzt 160 oder so ein scheiß dreck aber halt nicht gleichzeitig lustigerweise macht wahrscheinlich kein system mit was so mainstream ist